Sie kommen aus zwei verschiedenen Welten. Joyce, eine Amerikanerin in einem fremden Land, erschrocken und verunsichert. Und Maya, eine erfolgreiche Journalistin, stark sinnlich und plötzlich allein. Sie sind Fremde, die eins gemeinsam haben. Ihre Ehemänner werden im Krieg vermisst. Und sie entdecken ihn beide in demselben Gesicht wieder. Stoppen Sie den Film! Der Vierte von rechts ist mein Ehemann. Ja, der Mann, den der Film zeigt, ist mein Mann. Es geht um meinen Mann! Er wie Keller! Zwei Frauen, zwei Lieben, eine Hoffnung. Nur eine wird ihren Mann wiederfinden. Sie sieht wirklich gut aus. Aber beide finden die Freundschaft, die Liebe und den Mut, um im Schatten des Krieges zu überleben. Und als der Mann schließlich nach Hause kommt, teilen sich beide Frauen das leidenschaftliche Gefühl über seine Heimkehr. Für die eine ein Ehemann, für die andere eine Liebe. Für beide ein Triumph. Im Schatten des Krieges.